Ich glaube ich geh schon nach 8 und 2, ich hab ja noch 60 GB drunter geballert Biss Passwort updated So Pin Remember me Ja Mhm Ok, jetzt hat er das Passwort geändert Bin jetzt kein Wenn du das Was hast du dieses Ubisoft Connect? Ah ja, jo, ich bin ja nicht behindert, ich hab das Ubisoft Connect jetzt schon zum zweiten Mal runtergeladen Und ich hab mein Passwort jetzt beim Ubisoft geändert, online, und es hat funktioniert Und dann hat mich keiner online jetzt mit meinem neuen Passwort inloggen Und im Ubisoft Connect halt immer noch Ich hab's jetzt schon 30 Mal in-gap und copy-pastet, damit ich kein Tippfeuerder mache Ich hab geguckt ob Caps Locker ist und so Ok Ja Da steht einfach Ubisoft Service is currently unavailable, please try again later Klasse 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 Ja, ja, das war bei mir auch, dann ist es England gang Aber das Inlogger am Client einfach nur wenn du die Brustasch drückst und machst Ubisoft Connect auf und logst dich in, das müsste gehen Ja Ah jo, Mist Gehe Ja Das Lettke Scheiße Lettke Das bin nicht dann Ich hab nur den PC, nein Ach so jetzt Ach so, dann muss man da holen, so wie's Spiel heißt Heißt Spiel so, weil er dann tot ist Oh, ich bin bereit! Gegen! Oh, geil, ich bin ne Gegen! Bischen du! Ja, das ist ja eigentlich die ganzen Rainbow Six nur mit NPCs oder was. Nett, das wird! Gecken! 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 Oh, na, okay! Ach, schon mit Leere im Austausch getrickt. Hat er gemacht. Oh, du wohnst was! Krabbelt was, siehst du es? Gecken! Alter, Gecken! Oh, jetzt sind sie weg! Ach, das war die Drohne! Alter, was hat denn der vom Rieke? Einfach den PC nachgestattet, jetzt gehts! Klasse! Oh, na, okay! Tja! Ich nütze's. Nichts, ne, schlafen! Tja! Baana, du hast zu standa! Verwuchte! Oh! Boah! Ich bin nix! Ich bin nix! If you have a recon device, it can help you locate the objective. Bis jetzt? Alter, werden ja durch Gas-Dinge an da. Da werden ALT Gas-Dinge an sich. Oh! Oh! Ich hab da noch mal nen Entschuldigung. Prob ich ALT so Gas-Dinge an, weil ich so grün am Bildschirm bin? Au! Oh! Oh! What is this? I'm reloading! Lend Spore! O akan Fahhh! O akan Fahhhh! Alter, das hat mich schon gelotzt. Evakuierung-Ampfort. Die Glocke indossiert uns aus der... Was kann man mit dem Saber kaputt hauen? Was ich sah hier... Das macht Sinn... Wiese... Was ist denn das links oben? Wir sind doch schnell hier, oder was? Oh ja, wir müssen... Oh ne, Ben, das ist schon so arg gleich. Wir müssen nur raus. Was? Was? Ach so... Da ist das Ziel einmal nicht geschafft, das können wir weiterkehren extra hier. Einmal hatten wir sowohl alle 3 in der Zeit als 4 in der Zeit. Was? Ja, mal irgendwo ich. Was? Aber gut, dann können wir ja gehen. Was? Die Leistung, Team. Ohohohohohohoh. Wieso kann ich denn nicht mehr schneller? Das ist... Er ist doch nicht vermischt. Ja und? Wie soll das heißen? Die HP wird gespeichert? Guck mal, dass es so viel mehr XP geht, wie ich so scam. Wie heißt denn ihr im Ubisoft? Hüppler. Boah Alter, du steht wirklich verletzt. Ah, Alter, echt. Jojo wants to be your friend. Du heißt, glaube ich, Ascadi. Ascadi Gaming heißt er, ne? Ascadi war, glaube ich, belädt. Wie heißt der Ascadi Gaming? Stimmt, ja, der hatte Overwatch-Symbol, das wär der Sinn. Ja. Ja, ob das ist ja sau dumm, dass die Operator dann... Wo ist das? Escape from Tarkov oder was? ... ... ... ... ... ... ... Warum laden der so langsam runter? Der braucht 60 GB, ne? Habe ich da in Ladung A genug? Ja, habe ich. Ah ja, als die Etta war, hat sie Spike gehabt. Oder Drop. Aber jetzt ist der FUSA mit dabei. Original Mugan 60 MB diese Gunde. 3 Minuten haben. Reiche erobern. Becken der Gebecken. Wenn er noch 2 Minuten war, wünschst du bei? Oh. Ja, kann aber bleiben. Die Runde ist schnell vorbei. 1 Microwave Radar Detector at your service. Das geht. Oh ja, du musst dann eh noch das Tutorial machen. Ja. Oh, ja. Training nur. Was ich das Video dann jedes Mal anhöre? Das Lättge. Alter. Ghetto Galerlist-Demeter. You will collect data on Parasite-Energy Phenomena, als Variant-Demeter. Ich glaube, Bodo war jetzt schon so lange, der mir im Teamspeak, also das neuste Team-Speak-Meta noch gar nicht kennt. Was ist denn das neuste Team-Speak-Meta? Gaggen, gug-gaggen? Was spielt wieder das gute alte Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Du, du, du Oh Bis, bis Das ist Knaller Keep searching for your objective use a recon device if you have one I'm reloading! Du, 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 du Du, du, du Du, 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 du Du, 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 du 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 Oh no, was ist das ohne? Du 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 Wir haben es da in dem Ding stehen bleiben Ja gut Hey du hast gewöhnt das Zeiss wieder öffnet Oh, was ist denn das da der Healthpack, glaub ich? So, guck mal her Anni, initiating data transfer Archies, suddenly want to show up Reload Wooh 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 Heartbeat sensor activated Anni, initiating data transfer Enemy is on effect Anni, initiating data transfer Anni, initiating data transfer Neuron To evacuate wenn er dann zur Evakuierung steh'n Da ist Muni Wenn er da ist Muniki Oh, die ist weg So, äh Man kann ja entweder hier hin zum extrahieren, oder da nebenan und die nächste Stadt dauern wir ja nur 5 Minuten Tag bist du Ich bin jetzt einfach alle Gegner auf magische Weise verschworen Oh nein, oh nein Schade nehmen wir noch mit Schade nehmen wir noch mit Ich bin auf dem Ich bin auf dem Ich bin auf dem Schade nehmen Ich bin auf dem RELOAD! RELOAD! I'm dry! Scanning with HP 7. RELOAD! 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 Das war so, dass wir die Barriere suchen. Wir suchen die Gehörschung. Do as she says, or your stasis device will kick in. Prepare for extraction. In truth, this could have gone a whole other way. We'll deal with it all the same. Oh, that's cool. That you have a different amount of XP, it's always good in the game. Do you want to go ahead and do the kills? Do you want to go ahead and do something? Is that possible? Fuck. I think I'm not gonna touch. 11. 13. How are you doing? 15. 16. 16. 16. 15. 16. 21. Musik Berater Aufklärungstrohnen Faktgranate Der bei Bannsiedung Pioneer ist unsere Strategie Mobile Base und Hub für Reakt Operations Musik Hauptsache immer Video angucken wenn man auf irgendeinen Tab klickt Kodex Also Alter Man kann sich vor 20 Euro direkte DLC kaufen Dann klären Sie das Rainbow Six Extraction React Kampfauftrag Pack Das ist der Hubschrauber 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 Shit Das ist der Hubschrauber Ach, ich starbe ja gar nicht in der Erde. Erstmal blinkt alles. Ja, wenn du für irgendwas klickst, kommt ein Video. Hm. Hold and skip. Alter. Alles klar. Oh, Tisch. Ich kann mal Tisch upgraden. Fuck. Ahem. Okay, stark. Raiders, ja, okay. Alter, wie viele Gaps sind die da? Boah, weg. Und jeder von denen hat ein eigenes Level, oder was? Boah. Spielt schon einer der Doktor? Ich habe doch aber gesagt, man kann nicht nur einer spielen. Wenn, sobald der Schade kriegt, bleibt es wohl. Und dann muss ich dann heilen. Ah, dann habe ich einfach den Doktor, weil der kann sich eh heilen. HAHA! Hm, ach so. Oh man. Ah, okay. Hm? Ja, pfff. Keine Ahnung. Äh, laden mich einfach mal hinten an. Machen, Machen, Machen. Boah, leck. Äh, laden uns noch mal. Siehst du nicht irgendwo? Ich lade dich schon ab. Ich hab dich schon 10 Uhr hingeladen. Da kommt doch überhaupt nichts auf bei mir. Nö. So, Shift F2. Äh, Shift F2. Äh, Notifications? Nö, da steht mir das nochmal. Freundschaftsinladung? Kann ich euch... Kann ich euch inladen, glaub ich. Ich wusste grad gar nicht, wie ich überhaupt gejoint bin. Ich glaub, die bloß eure Inladung kommt, hab ich auch. Guck, guck, guck. Guck, guck. Ich bin hier neu inladen. Ich hab bisher nix geriet. Ja, dann statisch nur das Spiel. Demo vielleicht im... In dem scheiß Ubisoft Connect an sich. So, irgendwo was? So wie im Steam quasi? Ah, alter! Una Friends steht dann Invited you to join the game. Okay. Wow, okay, ja. Da bin ich, Freunde. Okay. Low skates. Okay. Elite-Ziel einfangen, Entschuldigung, fangen, fangen Oh, ja... Folk, Grenade... Und Drone... Ja, das war's leider. Ja... Oh, kann man... Sprawl generation on Arcane display Wenn man escaped drückt, dann sind da in der Mitte so... Also Zusatzziele irgendwie an jeder Reservewäsche Das sind Dailies Das ist aber in jeder Mission auch noch... also sowas habe ich sogar im Tutorial gehabt Ja, das sind Dailies Rechtknaller zum Beispiel, ist bei mir schon abgeschlossen Ich habe mich nach Remaustausch gedrückt Mal sehen Begge... Wie ping ich? Jaa... Ich sehle nicht Wie ping ich ihn? Ich sehle nicht Ich sehle nicht Ich sehle nicht Ich sehle nicht Ich weiß nicht, dass ich da noch ein bisschen schüttel ausfügt. Ich hab da abgestocht. Ich hab da abgestocht. Stich, Stich. Und mit Stiche. Lauft gut. Rube, es läuft gut. Bleiben dabei. Wie fallen immer deine jetzt? Wir haben jetzt Stiche oder so. Was? Ach so. Da hat gestocht, Lua Target to Extraction Point. Ja weil, super. In dem Tutorial hat man so ein bisschen Stechen zum Fangen, oder? Ich hab im Tutorial nichts fangen müssen. So. Na gut. Dafür können wir die Operator Next Mission schon mal mitnehmen. Wir glänzen mit unserer Performance. Wer ist das? Wer ist das? Wir haben schon mal geschafft, die Boys. Weiter geht's. Da vorne geht's weiter. Wir sind direkt da. Ja, aber vielleicht ist da noch was, oder? Ja. Ja, da ist nichts mehr. Da ist doch noch kein Loot oder so. Kannst die Kontrollen umstellen? Geht, 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 geht. Oh, was ist das? Warum sehe ich dein Fahrradkreis? Alter, ich sehe das Motor. Wenn du an die Wand guckst, schau. Geil sind das, gehn. Ja. Was sind das? Du Maschine, scheiße, das ist mal... Oh, 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 oh Exfil our react personnel Hey Bova, wir machen das ganz lautlos Hab mal Bedenke wann du das so sagst mit dem komischen Granatwerver in der Hand Bin ich nicht Du bist einer Hey Bova Bedenken Exfil target am first Get the v.i.p. to extraction New production I have Nice going Exfil the package Don't let them get hurt Oh, den húste Appen et losken Buh Komplett is gelin Oh 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 Hm? Oh 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 Alles von der Scheißdreck Ich hab mir glaube ich mit meinen Roids gearbeitet Kannst du nicht? Ja komm wir gehen da lang Der muss zum Heel Ja wo bin ich noch hin? Zum Heli Der ist nicht weg Na dann komm immer noch hin Häh? Wer ist denn da? Diese... Alter... Rieb! Alter... Wir müssen so oder so zum Evakuieren uns bringen... Scheiße, die Silber-Song, die Bernhardt raushole! Das ist ein Freund gefeiert! Es gibt einen Fall! Ich glaube, du hast nicht gefeiert! Komm, da unten! Da hinten! Das ist so schwer! Ich glaube, du musst ihn nicht an den Batscher, oder? Keiner, oder? Das ist nur wenn es so andere ist, oder? Der Votetour-Replay-Button ist ohne... Der Votetour-Replay-Button ist ohne... Ja, und der Operator ist jetzt brutal am Sack, oder was? Ja, ja. Oh. Das heißt... Die ganze XP, die ich jetzt gekriegt habe, ist quasi für die Katz. So, der heilt sich, dann kann ich nur wieder schnell... Ja, das ist nie... Geht sofort weiter... War das vorhin in den Arsch und so? Weil, wir haben Votetour-Replay gemacht. Ich denke, dann geht's einfach direkt weiter, ja. 5 HP von 100 Jahren, wie heile ich die jetzt? Ich denke, ich denke, du hast keine Überraschung. Ich denke, du hast einen Ratschung. Ich denke, du hast einen Ratschung. Ich denke, du bist nur noch... Ich denke, du hast ein Ratschung. Dann geht's noch viel weg. Ich weiß gar nicht, du hast einen Ratschung. Ich weiß nicht warum Ach sie schön, jetzt habe ich auch noch eine Request Das ist eine Rescue-Mission. Reakt-Personnel encountered lab-complications und couldn't exfil Die Distress-Call kam von diesem Sektor Spielpersonen zurückbringen, durch rechts, wo gehe ich nie Alles Beideutel durch die Preise, mit dem Herz-Sensor da Was? Ja Da unten ist er Versprenger Was ist denn Gas? Oh Er ist fast tot Buga beschützt mich Ich bin ja komplett nicht in der Schule Glaube ich Das ist ja Buga, ich bin da, ich war nicht weg Hallo Ja Oh 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 Was, warum? Was passiert? Ja, wenn ich nur wüsste mal das abmachen kann Ich hab einfach saufen Schadegriff Ja, das sieht nur so aus, diese Schadegriffen sieht nur nix mehr Sind das die grüne Dinger, die da rumstehen? Haften die On-Am dann? Ok, dann haben sie ein Und gesichert Package will be on route to react medical Package will be on route to react medical Rube, wir können zum nächsten Ziel gehen Hörst du mir doch ein bisschen mit dem Weg rein? Das ist ja Rube, los, komm Rube, los, komm Rube, los, komm Rube, los, komm Ja, voll mit grünem Zeichen und neu Grün ist der searching Huah Schau mal, geh das hier. Das Kati bleibt mir stehen. Wenn du so ein grünes Ding am Arm hast, habe ich jetzt Schade gekriegt, weil ich das abgeschlossen habe? Ja, dann können wir sie einfach abschießen. Oh, 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 oh! Ja! Ja! Also, da war einer in dem Safer-Room. Dann kommen wir doch mal zu der Rune aus, damit... Jetzt doch falsche Art. Ich denke schon. Ich denke schon. Ich nehme meine Zeit. Ich nehme meine Zeit. Reload. Ich habe ein Ammo. Ammo für Pick-Up. Ich habe ein Ammo für Pick-Up. Ich glaube, du musst auch noch das Ding schaden. Ah, es geht nicht. Ich glaube, du musst auch noch das Ding schaden. Ah, es geht nicht. Das muss ich machen. Habt du auch schon noch nicht gut gezeigt, oder? Nein, nein. Das dauert einfach noch. Nein, weil links unten sind so gelbe Symbole bei uns verpacken können. Bei dir aber kennst du... Wenn wir uns bei Eis drücken und in der Mehrzahl sind, dann dauert es einfach. Aber wenn alle 3 Eis drücken, geht es direkt. Oh, da sind die Boys. Bei Eis muss die Stationen lokalisieren. Das machen wir wie immer. Komplett stealth. Ja. Von links ist er... Ist das doch so zivilisch? Oder wer ist denn das da? Das ist Läufer-Echtgang. Das ist auch ein Nisch. Oh, ne, geht... Achso, das ist der Felschknecht. Rechts... Der schießt... Der drohte Boone. Hat er... Achso. Halt das. Fock, heil mich! I'm reloading. Deploying sensor. Getting us right now. Reloading. Oh, we're still in two zones. I don't know what that is. Ceiling out. Next we have to move. To the left now. Feel free to turn the water over here. Oh, the wallpick is cool. I don't see any others. The Wallpick is great. Should I run away from here? I don't see anything else. ultrasu. Jaa, schluss Woher sind das? Schön Ich soll mal das Ding aktivieren naja aber dann muss man irgendwie die andere relativ schnell aktivieren so war das vorhin Geh zu Tender Kaffee 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 Achso...und das andere... Halberberner hast du dann direkt das andere aktiviert oder was? Äh...hallo Hallo Hallo. 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 Ah, mit Blösser. Da müsste was kaputt. Oder so. Weil wir nicht am Rahmen sind. Ja, vor allem. Ich war die ganze Damen-Arme. Ich war am Schaffe. Ich war in der Mitte. Da ist das drin. Mhm. Ich hab so gut wie nicht gerahmt. Hahahaha. Mach mal Extractor oder mach mal weiter. Weiter geht's. 32 HP. Ich hab noch 17. Ich hab mal Level. Haben wir für eine Tuneed First Aid Klinger? Guck mal da vorne ist das noch. Okay, steh irgendwo. Was ist denn das? Das ist der Armour. Klasse. Wir sind in der Subzone. Wir müssen nach der nächsten Klinge gehen. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir müssen nach der nächsten Klinge gehen. 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 Alter! Alter! War da einer im Escape-Ding oder was? Nicht nur einer, so zehn Stück! Warte! Achso! Alter! I'm picking up some readings. It's a singularity. This could get interesting. Reload! 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 H-7 Scanning. Reload! Lauf doch mal hinterlappen! Reloading! Ich komm jetzt schon wieso durch die ganze Zeit der Herz-Sensor drauf. Hm! Achso, der nämlich nur aktiv in der Wand hat. Ja, ja. Dann ist es nicht ganz so OP wie ich bedenkte. Aber es ist trotzdem noch saustark. Und wer ist das? Oh! Und wer ist das jetzt? Hm? Das ist Singularität! Oh, das ist Singularität! Oh, was ist das? Quäler! Ich hab doch schon so viel Buchingen umgeballert in deine Luft Alter, wer ist denn das noch? Alter, das möchtest du ja immer Wohin ist er! Wohin ist er! Baila ist tot Wohin ist er Alter, du tattelst oder was? Was? Hier Ach, das getrifft Oh! Hat er so fast Blüm, 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 blüm! Ja, das hat er nicht Oh, das ist doch so Quäler Geht Joe, ready to go! Let's run! Oh, ich bin geflasht! Oh! Alter, Hilfe! Ich sehe nichts! Alter, noch einer der Flasht! Blende da! Diese Krabbeln, die Flashbangen, was? Oh, der ist weg! Oh, der ist weg! Oh, der ist weg! Oh! Alter, ich habe es gerne was gespürt! Oh, der ist weg! Oh, der ist weg! Oh, der ist weg! Geht zu Extraction, rettet dich selbst! Wenn er die Welt bleibt, dann natürlich! Dann, 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 dann! Dann, 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 dann! Ja, du kannst nur einer mitnehmen! Aber, da ist nicht der Ausgang! Haha! Das ist nicht der Ausgang! Der Heli ist der Ausgang! Ich nehme denne, der ist nur MR-30! Haha! Töte! Haha! Da geht's leider nicht lang! Haha! Ich denke, du musst doch immer die Gäste da sind! Ich denke, du musst doch immer die Gäste da sind! Haha! Alter, ist die Sack! Reloading! Und das ist gut! Dann halten wir er auf! Von der Flasht! Ich würde so viel ausfallen! Alter, der Flasht! Alter! Alter, der Flasht! Ja! Ja! und bringe ihn zurück, vom Schuss. War vielleicht keine so gute Idee, mit 17 HP da reinzugehen. Ja, also zu räumen, schwierigkeitsmäßig, zieht's halt da einfach voll an, am Schluss. Ja, das reicht halt nicht immer vorher. Aber wir hätten noch 90% mehr gekriegt, hätten wir Wärme extracted. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, wieviel die Anna geheilt hat. Vermisst Pulse, das ist meine. Seht ihr das an? Hm, was? Da möchtest du jetzt bei der ersten Mission vermisst Pulse. Ah, ok. Oh, ja. Ah, ok. Das heißt aber, wenn jetzt nur einer vermisst wäre, wird's bei euch vielleicht vermisst, aber irgendwas anderes stehen. Ja, was ist denn, wenn alle vermisst sind? Ja, die Anna hat 18 geheilt. Wow. Ja, wir haben ja auch noch noch mehr. Ich denke, äh... Ich nehme jetzt an mit der, wo er decoy kann. Der war witzig. Der Pulse. Der Pulse ist der, wo ich immer war. Machstor- Auf der battlefield, oder in der labe? Ich habe deine Falle. Hm... Oh, egal! Ich habe meine Überlegung. Oh! Ich habe mich gerнизiert. So, die Bonusquests, da kriegen wir dann auch so hochgeschaltet. Ah, wenn du das alle gemacht hast, kriegst du rein. N? N getriggt halt? Macht? Naja. Roger, dann. Bei der Brühe. Sie müssen helfen. Wenn du versuchen, die Arcturier wird versuchen, und reabsorben unsere Operator. Ah, wenn die rot leuchtet, ist die Schwachstelle. Ja. Ich ziehe schon mal, dass die Dinger... Ich ziehe schon mal an. 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 Ich ziehe von der Brühe. Ich ziehe schon mal an. Das ist so ein Ding Die Mission Was ist die geile Revolver? Hallo, wir müssen hier sein Was ist das? Was ist das? No oh ah ja hat eine 30 schade mit dem pie-check gemacht ich bin gleich tot was ist schieß mir die dinge an mal ab help oh sie sind schon geplatzt warum macht der so viel Scheiße so was für Schwierigkeitsgrad sind das der Typ hat mich arg getatert ach die rote Dinger auf dem Boden also ich hatte 69 HP dann schießt der Typ Ammo auf mich hab ich 17 war das so äh Schießer ja 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 ich bin wohl ganz anders ja also ich wundere mich schon wo ihr hingeht ja du bist richtig wir waren falsch und ich hab's bis selber nicht gecheckt ja 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 du waren ich hab's bei einem gesicht glaube ich hepple hepple Einmal getötet hat, BÄÄM! Riesig auf dich! Ich weiß nicht wie was man für Eichbehalt macht. Der Bereichbutton ist dran. Geil. Das Ding, wo du keiner rauskommst, ist eigentlich saugeil. Ja nicht noch, weil ich von deiner 2-3-Runde normales Vangos, die ich gespielt habe. Das kleine Auto, wo du... ...dennach kannst. Ach du auch? Kann jeder. Injectors?! Was ist denn da? Nein. So, geh mal Jonas da, oder? Ach, die Nester wachsen auch. Wo ist der Bibel? Oh da, da ist der! Da ist ein Blatzer im Gesicht. Grüne Dinger. Arcadia, Hilfe. Wo ist ein Blatzer? Ein Blatzer! Ein Blatzer! Ein Blatzer! Ein Blatzer! Oh, komm, noch ein Blatzer! Oh! Hat meine Drohne gesprengt. Ein Blatzer! Oh! Oh! Ich hab glaube ich grünes Ding im Gesicht. Was ist denn? Oh! 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 Ich hab glaube ich grünes Ding im Gesicht. Ah, dass ist die Mission. Das müssen wir jetzt bei EU-Lebt fahren. Ich glaube, das ist die Treppe. Das ist die Treppe. Wir brauchen unendlich XP-Grinder, weil die Hives einfach nur wachsen. Oh, was ist denn jetzt? Ach so, das ist das Ding? Ja, wir müssen dreifen dann durch Hydra. Und bis wir das nicht machen, wachsen die Hives immer wieder nur. Das wäre so schön, du könntest die Hives einfach unendlich lange abschießen und XP-Grinder theoretisch. Ja, stimmt. Ach so, der hat uns hingeläht. Du musst wahrscheinlich dort drauf auf so ein Ding setzen. Ähm, kommen wir noch zu... ... und eine Mission wieder, oder? Ja, wir müssen ja eine Mission. Also, wir brauchen noch zwei weitere rum. Nein, die Bruder hat doch immer noch zwei gehabt. Aber er war nur nicht für echtes hinzustecken. Also, haben wir jetzt zwei von drei, oder? Nein, eigentlich nicht zwei. Ich bin elf von drei. Nein. 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 Also, Anna-Light halt auch noch. Ich verstehe es auch nicht. Ich kann mir noch eine haben, oder? Ich kann mir noch eine haben. Soll der Geist. Bei der... ... auf den Injektor. Bei der... ... auf den Injektor. ... auf den Endpunkt gehen. Jamie? No! ... Analys. Da war einfach noch 100 Lime. Und dann waren nur einfach 3000 Leute. Ich hab grad irgendwie... ...hier hat die XP gekriegt von deinem Erntetum. Ein bisschen zum Haley, ne? Also da runter. Ja, links runter. Ich glaube, du musst nur reden, Askadie. Das ist das erste Mal, dass da Successful steht. Gibt's extra XP für Health? Fünf Mal die Ends geht an mein Level. Was machen wir jetzt? Vote to Replay? Oder Neue Mission? Oder... Ich weiß nicht, also muss man... Also ist jedes Molenheim so... Also, Level Up. Das ist das Mal. Reakt Milestone! Blam blam blam! Pew pew! Boing! Inventory Upgrade! Bing 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 bing! Verletzt! Poolsee! Vermisst! Jetzt Nimi! Halb voll! Große! Ah, Liberty Island ist jetzt aber... Nein, das vorher war Monolithic irgendwas, oder? Also ist schon ein neues Level. Also ist schon ein neues Level. Also ist schon ein neues Level. Das ist eigentlich der Dock, ist der Deutsch. Der so... Und es gibt ja... Ich bin schon. Kriegen! Der kann 15 Hit-Points halten. Das ist ungefähr... ...ein drittelser Hit von einem Geishner. Wollt ihr durch die Wallen sehen? Kann das! Ha ha ha! Neu Pistola, das Islander. Das ist nicht lange! Über die Wäbe, wir sind hier abgedrückt. Diesmal machen wir's wieder Silent. Das ist nicht nur noch! Das ist nicht nur noch so... Nimm! Fertig! 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 Set the charges to get rid of the arcspines, Archeans will be pissed, so stand your ground. HP-7 scanning. As I said, we're doing stealth, I'm not sure if we just go to the front and go around. We've got a whole stealthy horseman through. Placier something, go ahead and place it. I got a bullet in charge is not possible. You know, I'm not sure if I'm not sure if I'm on the ground up. I'm not sure if I'm on the ground. I can't believe, I'm not sure if I'm on the ground. Yo. I've shot it and then it's blocked. Endlich, wollen die da dran gehen und was genau machen? Bewerbe oder was? Alter, achso, Alter, so hat die Kehl auf... So hat die Kehl auf... So hat die Kehl auf... Und dann ist die Kehl auf... Alter... Oh... Achso... 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 So easy... Ahja... Blöd, ich sag... Wir attacken die Chargers, stop them! Was war das? Aber was, das ein Ackervor, weil wir die Ladungen platziert haben? Ja, und wer hätte eine... Tausend Kuchle, die da vorher durch die Luft verloren haben? Reloading! Reloading! Come help me! Reloading! Achso... 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 Jonas... Hilfe... Help... ... Benetrol... Benetrol... Was ist das? I'm coming home thanks to you Also Die da erstocken Alles nur Bladen verlaufen Na wieso, wir haben dich doch mitgenommen Ja, das wäre nur wenn du... wenn sie dich hätte Ja Er war kurz durchgerusht wie Idiot Ja Hm Okay Stopping this parasite is how we save lives Hm Brute Force Should only be a last resort Ja Alter, was hat denn der von der Knabe? Gott, ich kann nicht... Ja We have detected abnormal nest Another mutagen strength Locate the nest Aua Wird schön Oh Alter, komm ich bin halb tot von irgendwas Und ich weiß nicht was sie ist Warum die jetzt schon wieder alle aggro waren? Worauf ich aber auch nicht Ich würde mich nicht wegdecken aus Ich würde mich nicht mehr als ein bisschen wegschiffen Ich würde mich nicht wegschiffen Ich werde mich jetzt durchmach DJ Ich werde mich nicht mehr durchmachье Ich werde mich nicht mehr durchmach latentieren Ich werde mich nicht mehr durchmach tapen Entschuldig, bitte Ich erkenne mit den Drohnen rumfahren und das Ding so... Ich bin Reloadet. Drones ready to go. EE-1D ist online. Drones ready to go. Alter Owe ist... Owe das ist das was mich gelatzt hat. Was geht das? Ich hab was magiert. Hab ich. So roter... On. Hm. An der Dicke oder was? Ja. Reload. Hier ist vielleicht ein anormales Nest. Eliminate my target. Oh, was ist das Ding? Kontakt! Kontakt! Das war das was mich arg hat. Alles noch. Das ist so... Schleum. Wo ist es denn? Was ist denn? Was? Take down my target. I'm reloading. I'm reloading. Take down my target. Take down my target. Was ist denn die Treppe oder? Take my target down. Take my target down. Take my target down. I'll run. To be, das ist mit Unterhalt. Dann beim holen. Oder? Doe zu schlauer eine Schlauze. Oh, das ist mit der Schlauze. A malignant neoplasm is causing the nest to mutate. Clear the nest, then get a sample of that neoplasm. Boa! Cool, they're so red. No fish! I'm a ballerina. I can't see that they're red. I can't see that they're red. I can't see that they're red. Those are all犬s. They're all犬s. 1 Auf der anderen Seite ist der Auto links durchs Hittbach, aber ich freue mich nicht hin, ich habe mich drei. Von links ist glaube ich, da ist noch eins. So und jetzt da oben ist man dran. Oh, mein lieber Mann, wo ich den drauf habe. Alter, also ich habe noch drei, ich würde gerne extrakt. Der Typ, wo ich da habe, ist genau das richtige für sowas, der hat glaube ich so ein LMG. Ich habe irgendwie 50 Zimmergazine und 500 andere oder so. Hier ist nie. Oder ist es zu euch? Boah, der grüne Dinger ist da. Hilfe. Fisch mich nur ab. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Das ist ein Kursion. Das kann nur ein kleiner Schritt sein, aber es informiert uns für die nächste Schritt. Was ist das für mich gerade6ig? Das kann nur aha sein. A B Regier hat er denial. Haha, demoro halt der größte. B camper Ninth so PO. Beifall bei dass noch was. Dann gibt es mal einer Th IPS. Das kann mit einer overweighten dormir. Wenn der Arbeit gehen Might Zeitathene Materialien dazu pauseiten Youtube ist, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 in certain areas, and they react to our emmeters. Turn on the catalyst emmeter. I'll get readouts from your transceiver. Deploying heartbeat sensor. Head over there. I'm reloading. Take my target down. Reloading. Reshoot. Get to the first scanning zone. EE-1 is on the top. Initiating data transfer. Arcanes incoming. Reloading. Reloading! Reloading. I'm reloading. I'm under attack. Ah! I'm reloading. I'm under attack. Heavy blast. Head's up. Enemy inbound. writing smoke grenade. Oh, Hilfe! Ich bin nett! Jonas hat uns damit genaubt. Oder in seinem Knie. Ich bin nett, ich bin nett, ich bin nett. Bleib mir stehen, bleib mir stehen. Kardi Gaming. Ah, ist weg. Nein. Ich bin nett, ich bin nett, ich bin nett. Wir haben alle Dinos. Wir werden die Historie hinter der Anomalyse entfalten. Da immer noch. Reload. Ich bin nett. Ich hab die mal nur eines, wieso... ... fett ich mich nicht? Ah! Aua, hat mich nochmal getroffen. Ich wusste, ich bin tot. Also das wäre bis jetzt mit Abstand die dümmste Mission. So ein Punkt halten gegen die Typen ist ja so klasse. Warte mal, ich muss noch ping, äh, unalertet grunt. Ich habe noch einen, ich habe noch einen. Ich habe noch einen, ich habe noch einen. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich mache dies nicht. Dann bleibe ich jetzt nicht. Bevor es weiter geht, warten wir bei dem Tod. Ich glaube nicht, keine Aussage mehr der Gesamtüge im Abkommen wieder... ...meid ich gern bei dem Tod. Ich kann vier so auch Marke benutzen das. Oh, mal ist dann ein 6-Kreper im Land. Das ist nicht so, dass ich mich nicht so verstehe. Ich verstehe, dass die Maschinen nicht so gut machen. Aber dieses Ding... Schau, es geht weiter. Oh, der Ruf! Oh, der Ruf! Wir haben drei neue Bube freigeschmallt. Zumindest... Echt? Ja, wenn du aber auf Operator klickst. Vielleicht ging das schon die ganze Zeit. Du, Jäger und Rooker bist du jetzt. Hab ich vorher nicht gehabt. Ja. Egen. Warte, dann kehren wir alle in den Stand 5. Hast du nicht vorhin gesagt, du hättest gerne einen P90? Ja. Der andere hatte P90. Ja, ich weiß, ich hab 6-4, aber sie war grau. Ich hatte Rook, der hat die hier einfach. Oh, oh, Rook. Aber wenn du deine Spiele willst, mach. In 7 Stunden, dann bin ich noch. Ja, ist egal. Mir hat der Doc immer Spaß gemacht. Ich hab da einer mit Sentry ist, der Jäger. Ja, der macht mir Spaß. Ja, ich probier mal den. Okay. Ich hab doch alles aufgerufen. Äh, wie ein Weg braucht ihr meinst. Weg患 drill! Ich habe ein Prinzess am Her Cloud. Ich nehm mich jetzt. Musik Ah, da bin ich. 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 Ach, da bin ich. Ah, da bin ich. Ah, da bin ich. Ah, da bin ich. Tadam, wuhu! Oh, du bist glaub ich so ein... Alter. So ein Zauberer, oder? Ja. Alter, bin ich da. Ach du Scheiße! Ascadi, Tadam, auch bekannt als... Dumbo. Bist du dich in front of me? Hup! Oh, du bist. gut also eigentlich netwerklich überraschend war ich schon wieder in die Luft aber es könnte echt geil in deinem Schlag da drinnen sieben sie da drinnen sieben sie Aua ne, mein Schöne Sache Ne, alter du, du hast nicht so viel Alter du, du hast nicht so viel Ich habe ihn nicht mehr. Und wir haben ihn nicht mehr. Ja, ich habe ihn nicht mehr. Final sign, das ist critical. Was? Jaja, da waren halt die Riener Nächte Aber vielleicht sind die rechtliche Obertreiber Oh, es ist doch leid, direkt doch leid von mir Auf dem Sofa Ach, da oben ist, da oben sind die ganzen Nächte Ooooooh, da sind sie Wo ist die Kamele? Alter, das ist ein mega Kalon Alter, das sind... Wie denn das? Du, 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 du Hier mit 10, dabei schießt er gar nicht so schnell Da bin ich wieder Ammo und... Ja, leid doch, hinter der Regen Naher... Du hast da auf der Couch Es gibt keine Ammonen, oder? Oh, links sind die Nächte, ey. Oh nein, Alter. Oh, da war so saugend. Oh, da bin ich da. Oh, da bin ich da. Scheiße. Ja, Boomer. Ich geh. Aber ich glaube, das wird es nicht schaffen. Ich weiß nicht, wo... Oh, und alle da hin. Oh! Du hast dein F-O-V-Slider wahrscheinlich nicht mehr rechts geschoben, oder? Was? Du hast dein F-O-V-Slider wahrscheinlich nicht mehr rechts geschoben, oder? Ja. Das will ich nicht, das mache ich nie. Echt nicht? Ja. Egal. Noch eins! Noch eins! Oh! So gut! Oh, ich bin jetzt fertig. Du hast einfach Emissionen. Das ist ja einfach. Du hast Ferncamp vor gespawnt. Da geh. Yeah. Gute Leistung. Oh, als letztes System Rettungsmission. Ja, klasse. Ja, klasse. Ja, klasse. Patience is my weapon of choice. Jawohl, it is the lion. Geheilt. Hit it up. 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 Fuck. Hit it up. I'm reloading. There's the first station. Activated. Man muss eine andere zu... Ach so, hat es vielleicht wirklich so gemacht? Dass doch jeder soll an so Dings strafstelle oder was... Wart halt 30 Sekunden um alle drei dann zu aktivieren. Hm, also wir stehen hier oder da? Bloß B. Haben wir einen, alle drei, glaub ich, oder? Ich hab nur B. Ich erinnere, bei dir ist 1 hier vorne, glaub ich. Gleich geht's. Oder? Oder mit? Ich denke, du kannst da haben, oder? B. Da hab ich B gemacht. Ich lege das an. Unsichtbar? B. 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 Das ist für ehrlich kein Ding sehen, kann ich eigentlich eine eigene Ja, da vorne war eins Das ist logisch Ja Wir sind hier! Wir sind gut. Stich zu, was funktioniert, und improvisiere, wo du musst. Keep moving forward. Schade, Gaming. Nehmen wir das mal, oder? Wir sind fertig. Wir sind fertig. We should move to the next one. We should move to the next one. You're good. We've been down. Haha, yeah. Du, Sylvester Stallone. We can get fresh, unedited samples for R&D. Yeah, beats me. Just kill them with your React blade. A takedown. Reloading. Oh nein, mach mich sauber, mach mich sauber. Eppler. 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 Oh, okay, so. Boss. We should move. We should move. We should move. We should move. Neutralize it with your React blade. Strength. Reduig. Butter! Butter! Höh! Eine Klee Zet! Das war etwas unelegant von mir. Reloading. I'm reloading. Leading. Das war die Anerkennung. Das war die Anerkennung. Das war die Anerkennung. E.E. 1D ist online. Das war die Anerkennung. Was ist das? Das war die Anerkennung. Das war die Anerkennung. Reloading. Du machst das alles gut. Maintain den Fokus in der nächsten Subzone. Hier ist ein Traumakit. Amunition hier. Ich habe mehr Anerkennung. Oh, Ben hat eine Medikits magiert. Oh, ist ein Reaktgeräte. Hat der eine Geräte geiles? Er benutzt? Ja. Das war ein neues Geil, aber der hatte nur coole. Also, da kommt er wieder. So, Ben, da bin ich im Raum. Das ist mehr. Okay. Klasse, klasse, klasse. So, steckt mir keine Geil, oder? Wir haben das Medikits. Also, will die Anerkennung, oder? Ich glaube, genug. Ich weiß nicht, ob wir einen gelongt. Ich habe nur noch 1.900 Schuss. Die gelongt nicht. Jetzt müssen wir retten, gell. Ich glaube, diesmal auch kein Schalldämpfer auf meiner Knappe. Gar keinen. Auf der Pistole halt. Das ist irgendwie geil, weil... die Long-Serie, wenn sie nicht erlaubt, ist so lange. Und wenn sie alertet sind, kann ich denen mit der Anerkennung vorüber auswählen. Das ist irgendwie geil. Das ist irgendwie geil. Ne, 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 ne! Noch, noch, noch! Oh! Ich hoffe, nicht gut. Oh! Oh. Oh! Ich habe Probleme mit den Objectiven, versuchen eine Recon-Tool zu tun. Don't come here! Reloading! Ich glaub... ist da so... Slime? Hm? Ich dachte da wär Slime Das ist ja nicht so, weil ich jetzt die Oze sind Was ist das? Da ist er. Der Direktor. Was musst du machen? Wir werden bis kurz ziehen. Dann gehen sie die Dinger öffnen. Wir können sie abstehen. Sie müssen sie noch mal ziehen. Bin ich S-Tricker oder was? Nein, nein. Einfach nur. Ich meine, du darfst das ein Tutorial, das wir machen. Tutorial? Ja, jetzt da. Geh einfach weiter. Also einfach weiter, F. Ja, wenn du siehst. Wasser. BZBZ BZBZ Bleiben. Was ist das schön? Ja. BZBZBZ BZBZ 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 ... die Teile sehen. Da wo man diese... ... Explosiv-Ladungen hier beschützen muss... ... da hatten wir das letzte Mal beide gleichzeitig auch. Kann man da einfach nur einsam machen? Naja, ich glaub's nicht. Ich denke, das war tatsächlich, weil 100 Nächte drum herum waren. Und die sind alle alertet worden. Ja, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich war ja einfach clear oder so. Ich bin nehm. Ich bin nehm. Ich bin nehm. Ich bin nehm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ARC spines sind hier. Das bedeutet, Carapace könnte sich auf dem Boden spüren, eine Grundlage für die Parasite zu adaptieren. Findet diese Spine-Things. Oh, das hat ja schon alle Dämpfe. Stacheln-Lokalisierung. Doch die Schließer, oder? Die Stacheln. Watch your fire! Friendly's close! More ammo here. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. If you're having trouble locating the objective, try a recon tool. Oh nein, mach mich sauber! Hilfe! I got ammunition. I got ammunition. Set the charges to get rid of the arc spines. Archeans will be pissed. So stand your ground. Archeans incoming. Protect the charges until they detonate. Let's drop them apart. Let's go! minimal inhalation. nię index. Alter, da ist ein Bombenzett. Haben die da, die nicht da oder spawne die einfach? Ich denke, die spawren auch einfach. Okay. Noch irgendwo ammo? Was ist das zu faul? Ah, da ist ein Heildinger, Eppler. Nehmen wir mal das Heildinger ab. Mr. Eppler. Ja, ich... Hallo. Ich habe dich... Ich habe gerade drei alte Heile. Ich weiß auch nicht, ob das Verschwinden, weil das da aufgehört, oder? Nee, das verschwindet nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das rauskriege. Ich muss das rauskriegen, die Wachse ist eh noch. Oh, der hat wahrscheinlich den erst alarmiert, klasse Oh, da sind mehr, da sind Oh, nein, mach mich sauber Oh, ich habe einen 2-Werthalter, live Gummau Oh, hab ich jetzt so ein Ding oder habe ich keinen Wenn ihr die Pistole in der Hand habt, schauen wir's in das Ding. Ja. Komm, wir sind ein E. Ah, der Lippe. Lippe! Oh. Warum sind der Revolvers so scheiß? Nein. Femmich chapter deployed. ISO team. Femmich chapter deployed. Bei Eppler, nimm du noch mal so ein Ding, ich hab' keine Schalldämpfer drauf. Ich schütze dich. Ich hab' auch keine Schalldämpfer drauf. Also. Femmich! 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 Geh hier eine Recharge. Ich bin Rezocht. Rezocht! Huh? Das Ding ist zu Ich denke es ist besser wenn du einfach jeder eins nimmt und man dann nur ammo laft Zwei ammo haben sie müssen Okay, das ist ein bisschen ein anderes Brothaus besiegt Das hatte man noch gar nicht, gell? Das hatte man noch nicht gepackt, ja, was ich meine nicht mehr dazu kommen rauszufinden was es ist Das ist Wahnsinn, dass das die Erdmission war, wo Nerone mich gemacht hat Zwei die zwei, aber ich kenne das glaube ich nicht Wir kennen es auch nicht, weil dort Quälenbrenner kamen Ja, aber ich habe es nicht mehr rausgekommen Wir sind in dieser Subzone, wir müssen nach der nächsten Ich fühle mich besser 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 Zum Wissen I Wissen Weil der E-Neve mit voller HPA fangen soll ich lassen Der ist aber ziemlich mächtig Kein Problem Acht, das ist mit der Singularität, ok, ja doch, dann hab ich's noch mit drauf Findest du nicht Ja, das Missionsziel hatte man schon So, warte, da war ich doch schon mal Ich bin schon mal los So, bei mir ist das Ding So, bei mir ist das Ding I'm reloading 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 So, da ich bin So, und jetzt müssen wir da hinten gehen Ja, an dir war einer drauf Sagte man, der wär doos? Was? Nee Ich hab gesagt, der ist so zu tief drin, dass ich der wär doos Oh, nein, nein Oh, nein, nein, nein Schau, schau um Ja, ich weiß Die Jungen, das ist warm Vorher das Ding aktiviere, kann der mich immer schütten Ja Ja Oh ja, stimmt Wir können dich direkt rein, draschen Ja Ja Danke Das heißt Das heißt Dünnest dann auf Dünnsmote helfe uns, ob wir wieder so holen Hehehe Nelle, ey Ich hab Schabelses jetzt So, machen das Ding, wow, und sage ich immer so, ich kann I'm reloaded Hopp, auf geht's Auf geht's Heithaltend wird durch Das ist der Zustand, glaub ich, innen, oder? Ja, Bennett, komm her Nein, komm, gehen wir innen jetzt Geht's denn da rein So, ach, da Oh ja, komm, das ist mein Spür Hehehe Ich hab' ne Milchpollern Oder Und seine Das ist ganz klein Oh, das ist ja Ihr habt' aber So im Moment Der erste Und was gibt's das Video, das ist Das Video, das ist weil du schon so weit vorne bist Alter, du leihst so viele Medikits und so sackviel Ammo Brothaus, wer ist der Brothaus? Alter, das ist einfach nur Bossfight Wie viel Möge ist da bitte? 2.000er, reicht das? Immer noch ein bisschen 3.000er, reicht das? Markieren, sonst jeder, wenn er verschwindet I'm reloaded Reloaded, cover me Scheiße Hast du ihn runter? 4.000er Oh nein, da ist er auch nicht mehr da. Bist du da sicher, dass du keine Schalldämpfe hast? Herzlichen Dank, ich bin nicht nur Schalldämpfeuer Ich hab auf der Hauptwaffe Schalldämpfeuer Ach du meinst die Pistole Naja, ich hab die Pistole halt keine Schere mehr Damage macht Vielleicht noch ein Medi-Pack Oder so ist er? RELOADING 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 Warum haben sich da gute Idee gehabt Einfach so ein Piepse in den Hintergrund zu machen Die ganze Zeit Wo ist er? Hat ne dummere Sett Achso, ne du bist mir wie Ich hab mir jetzt einfach den Ton ausgemacht, weil die Piepse so abartig nervt Oh da ist ein Mann Oh da, da sind wir angekommen Feastfire Reloading Reloading Cover me Was er wieder? was sollst du in uns und jetzt und vielleicht steche wenn man so weit weg ja war das so und besiegt das ist eine stiche aber weiter her geholt ist ja keine ahnung oder kann man nur von hinten macht das wieder jetzt hat er schade gegrillet von irgendwas ich sag mal kann von hinten treffen ja er hasst wahrscheinlich einfach immer einer und einer muss dann ballern ich versuche euch nur zu stechen wenn er das macht aber schade aber schade wenn die waffen schade machen würde er macht so wenig ja wie gesagt wenn du den suppressor abmachst ja das stoff ist so viel habe ich den suppressor eigentlich schon geil naja dann habe ich halt auf die pistole weil wenn du da rum sneakst dann langt es wenn die pistole silencer hat finde ich ah jetzt bitte ja jawohl gut geht woher reichen wollen sie da ja 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 hey geh schnell zu einem russ gestoßen ja jeder kann sehen was wir gegen ja also eine 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 die hat noch jetzt wurden Nein. Theon! Mit each incursion, unsere Presence upsets their environment. Establishing a powerful foothold is critical to secure objectives. No... Mit... ... 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 Ich glaube die komischen Daily-Quest-Dinger sind wirklich regionsgebunden, weil da steht jetzt San Francisco und ich bin wieder in deinem ersten Dreieck drin. Hast du was? Strap in, people. We're going for a little ride. Gurgh! ... ... ... Alter, einmal Fahrt drauf gemacht, oder Jonas zumindest, ja? Ich hab doch schon leicht drauf gepackt Mhm Das hab ich mit einem aller Typ A gemacht Mit dem Schrank ... ... ... ... Ah, schluss mal meine Kopfnimmel ... Das macht genau gleich, hab schon mal verlippt Ah, weil in der Statistik am Schluss stand bei dir ... das letzte Mal Hedge of Heels ... ... und so Felix Bay ... ... ... ... Ich hab schon schon Fusion Ja Das ist doch ein guter Spieler ... Ah, Wisch komm doch nicht Ich bin neun-jagd Aua, Alter, komm Er trefft mich, hab ich noch weniger als die Hälfte Kannst du mich heilen? Ja, Dola, ein medkiss Oh, putze mich Mache mich sauber Mache mich, mach mich Ich bin neun-jagd Ich bin neun-jagd Ich bin neun-jagd Ja Ich bin neun-jagd Ich bin neun-jagd ich bin neun-jagd Reloading Ob glaub ich so ein Ding hab ich auch mal Pappe oder? Guck mal And ich bist da ogen, dreh dich um Ich hab vergessen, dass ich jetzt wieder der Memoralhack bin und hab dich jetzt so schnell benutzt Siegen doch klar Immer viel besser Immer viel besser You're good Der Hof ist einfach weg Springen Viel besser You're good All personnel to airlock immediately Äh Aber wenn das doch langsam auf geht, tue ich mir doch mal ein paar Gurke aufs C-Wallet, ja? Hörst du denn, warum ich meine? Was? Ja, weil ich eine Drage genommen hab Ich kann nicht, ich hab mir so gut getroffen, ey Herbst C-Wall Damit sie nicht so nass sind Boah geil, dass das auf dem Punkt drauf steht, das macht Spaß Mh Hey Okay Was war hier? Needing data transfer. Arkenes incoming. Data transfer loading. Still more Zadless to collect. Enemy, initiating data transfer. Enemy is on approach. Reloading. I'm going to get faster if you have more lights. Yeah. Enemy, initiating data transfer. Arkenes are just on the left. Over, over. Pointing. Pointing. Izo team. Move! Uh. This new data will help us understand El Parasito and the origin of the Chimera Bacterium. High loading. Here's some ammo. I got ammo. There's ammo here. Reloading. High loading. Your approach so far is working. You got it. Big react tech. I'm reloading. He was in bed down now. Reload. You're good. You're good. Follow me. Reloading. Airlock sequence initiated. All personnel to airlock immediately. I think there's a semi-auto DMR ammo. That's also very funny. Airlock sequence in progress. Proceed to airlock immediately. Stay in the airlock or you'll end up MIA. Airlock sequence. Airlock sequence. It's a new transition in effect. Pfff. 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 Oh no. That was like one again. Pfff. 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 Die Serien-Node ist verabschiedet. E1-D ist online. I'm reloading. Reloading. Alter, das sind schon 2.3. Alter, das sind schon 2.3. And the nuclear node will stop reviving its nest army. Get the item. Reloading. Reloading. Go there. Alter. Reloading. Alter. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Hilfe ist besser. Hilfe. Der wach ist Ding kaputt. Ich habe mich so oft gehauen, dass es wohl mein Ding kaputt ist. Höre. Schlagze. Fensister. Schlagze. Ergeloading! Gelroading. Bol节 claim. Liste. concern. Ergeloading! Loser. Relodi. against Reloading. I'm reloading. Reloading! Reloading. 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 Oh no, du brauchst kinds. I have a item. Warte, mich pritzen. Scratch that order. Warte, mich pritzen. Ah! That's the bottom of my eyes. That's the bottom of my eyes. You're all all! Oh mein Gott, das geht ja gut oder was zu ruhig. Alter, ich hab ja gestartet. Alter, das findet alles nur was. Alter, du... Wow! Alter! Wo leid denn das? Wo leid denn das Ding? Also ich hätt dann nur zwei Nimmstecken hier, oder? Ja, du bist einfach weggegangen, dass ich mich im Stich gelöst. Kommst du halt einfach? Komm auch mal hin, drei Hohle, Nimmstecken, fertig. Ja, hab ich versucht, aber hier hat's bestimmt keiner Geld. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Oh nein, ja! Oh, ich bin ganz gut, ich hoffe ich. Oh nein, ja! Oh, ich bin ganz gut, ich hoffe ich. Oh, ich bin sehr gut, ich bin sehr gut, ich bin sehr gut! Ich bin Schaum. Ja, ja, ja. Ich bin Schaum. Ja, Schaum ist Schaum. Ja, Schaum ist Schaum. Wie? Das Geld ist. Das Geld ist. Gegen. Das Geld ist. Das Geld ist. Also Best Boy, the Dock, ist tot! So, beim ersten müssen wir wieder die Nishter Nett abschießen Tschüss, Parker! Tschüss, Parker! Puck mal nicht! Willst du es packen? Pack schon nicht! Kannst du nicht packen? Ich habe den HP-7 gebaut, um Leben zu retten. Ich habe nie gedacht, ich würde es benutzen, um meine eigene zu retten. Ja, wir werden nicht messen jetzt. Ich habe den Fickschlid. Ich habe den Fickschlid. Ich glaube, wir werden nur die Inevitable ber هنا geben. Körschen, 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 Körschen. We need new data on the Parasites' underground network. It keeps evolving, adapting. Plant autotrackers on dormant nests. Don't destroy them or we'll lose the trackers. Nests are there. Tag them with autotrackers. Reloading. I feel much better. Oil tracker activated. I am good to go. Hahaha. Oil tracker activated. If we lost, we lost. Oil tracker activated. Du versuchst am Zuckacho abzumachen, aber es geht. Ich weiß nicht, so hat es gewinnt. Oil tracker activated. Was ist denn? Ich denke, er hat doch einfach geschossen. Was ist denn nämlich nur noch treibende? Ach so, man kann die abschießen? Hä? Also, du schießt einfach nur. Auf andere hört aus. Na ja, wenn du auf andere schießt, nicht. Du hast quasi gelatzt. Ich habe XP in mir, ich habe XP in mir! Achso. Ja, ja. Jetzt darf man sie wiederholen. Oh, da bin ich jetzt. So. Reloading! Haha, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. De har pätet den grieken. Skal ich gar nicht. Ja. Reloading. Deine Methoden haben dich so weit entfernt. Keep up the advancements. Was dann? Nothing left for us here. Who on roof? Sees fire! Okay, go ahead. Regi, fire! So was kann man nie überhaupt. Er fälscht grad und hat ammo benutzt. Hehehe. Geht geht's. You see that big ass. Yeah, sure. Greenalisative of qu 항 sauerleti. No. Ich rieche amч. Der ist vollkommen zu krankle. Es geht noch los. Ah! Ah! Kassel, Rasmus, ist es noch ein bisschen weggegangen. Oh! Begelemmt! 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 Die Archer will tighten and hold on her. Begelemmt! Re-loading! Begelemmt! 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 Fire at the anchor points and arc cells. Our MIA is being reabsorbed. Keep hacking away at the archery. Re-loading! Oh! Oh! Was ist denn das? Wir müssen die Mascadi herüberschließen. Wir müssen die Bombe. Wir müssen die Bombe gewinnen. Ah! Man kann da fliehen durch die rote Bälle hin. Kann man abschließen. Oh! Oh! Beide ziehst du! Nicht da rein! Scheiße! Ja, jetzt hafst du schon ganz da ziehen! Ich glaube, es darfst doch, dass ich total willgemache hier. Super, jetzt ist er tot! Man muss es doch machen! Ich habe das jeden Fall ausgemacht. Ich bin schon am anderen einstunden Mepp, da bin ich schnell hergestimmt und hab auch konsequent. Ah, aber nicht wohl, weil ich glaube keine Extractor. Na, die haben sie mal. Die Leistung, ich wollte doch eh nehmen. Wir werden bessere Resulten in nächster Zeit bekommen. Präpp' für die nächste Subzone. Eliminate mein Target! Was? Da oben? Ob das Absicht ist, dass die da drin sind, als... Kann ich ein Do eigentlich? Ich habe das Wort mit dem. Ja, das ist ein Brötwast. Ja, das ist ein Brötwast. Wir haben nichts für Brötwast. Wir haben nichts für Brötwast. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich seh nicht, was da nicht mehr im Maustachstift macht, das macht halt einfach nur nix. Oh, du darfst mich nicht, du darfst die Rippschleichers. Was soll mit dem, wir machen, dann müssen wir den ATF daunen. Oh, woher hat Michael's? Alch, schlatsau. I am Charm. I am Charm. Hey, hopp, nimm mich und geh raus. I am Charm. Oh, die Sporen. Ich sehe nix. Wer hat ja wohl so die Leistung. So. Get our Casualty in the Extraction Pod. Wir müssen überall platzen. Wir werden evakuieren schnell. Wir werden evakuieren. Wir werden evakuieren. Wir werden evakuieren. Hatte. Oh, da haben auch noch Tumore. Nee, das hätte schon gut mit dem ARKANF-RIN. Da muss ich ja eine Gasgranate machen und dann... Gasgranate! Pau! Oh ne! Oh das war was! Das ist ja welchen um ein Grenzbanner drin drauf! Aber wir haben jetzt noch ein bisschen gequält und gucken da beim Krabbel zu oder was? Tja! Alter, Bernard! Das ist wirklich! Das ist sehr viel! Alter, klasse! Bernard! Bernard! Danke du! Rennen wir! Alter! Oh Gott! Oh Gott! Du musst! Ja! Alter, klasse! Ja! Ja! Du hast besser gemacht und wir werden! Du musst, wenn wir Exfil unsere Casualty... Extraction! Successful! Zwei tot! Doch! Der Olaf M-Pay nun gehinkelt! Successful! Ehe! Klasse! Klasse! Ehe, Mission! Ziele geschehen! Ehe, Mission! Plus null Prozent! Oh, wir sind so gute Spieler, ey! Oh, lecker. Oh, lecker. Fuck. Jawohl, endlos, Kaelin. Den Operator hätten, warum steht denn da jetzt nicht Dock? Der ist tot. Ja, das ist halt einfach random einer von irgendeinem von uns. So, was steht denn da? Leipzig hat auch gestanden. Ja, aber ich hab meinen Dock. Ja, war der jetzt schlechter war wieder, oder was? Nein. War der schon immer noch Level 5? Ja. Ja. Alter, weil wir es versaut haben, ist er nur ohne Level runtergegangen. Ja, aber den haben wir nicht gerettet. Das war da, wo du gezogen hast, wie er auch gesehen. Da war er drin. Jo. Ja, das ist bei mir echt auch so, ja. Ist auch der P90, jetzt kann ich so nicht mehr abziehen. Hey, du darfst nicht die ganze Zeit ziehen, weil sich das Ding halt wehrt. Du musst die... Ja, das hat aber... Du hast das quasi getriggert, weil du in die Nähe genug bist und dann hast du ihn nicht angezogen. Was? Also du bist da halt in das Gebiet hin und dann hat es angefangen und dann... Nein, es fängt erst an, sobald man zieht. Ja, weil er... Ja, weil er im Prinzip tot ist, oder was? Gerne. Gerne. Weil man ihn nicht retten konnte, deswegen. Doch, das zweite Ziel war, den zu retten. Und wir haben es nicht geschafft zu retten. Keke. 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 Oh, was ist er los? Oh Gott, ich glaub mich. Oh Gott, das geht um die Mäleit. Ich habe eine Quest für drei Takedowns zu machen auf deine Klopiertypen, wie soll man das sehen? Hallo, ich habe nichts P. Das sind sie. Das sind sie. Das ist 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 sie. Ich will nicht sagen, aber vielleicht sollte man rausgehen. Noch dazu, weil ich echt muss gacken, aber ich drehe die ganze Zeit im Rad. Die Lungsmission ist halt wieder so, bitte, ich bin's auch noch probier, oder? Haben wir keine Ahnung. Egal, du bist schon, dein Kähl ist schon, war schon immer ab. Ah, ich hab ja... um 60, glaube ich noch einmal. Oh, das lag nicht mehr. Oh, das gaste. Nein, ich hab einen. Ich habe einen. Ich hab einen. Oh, nein, ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Oh, nein, ich hab einen. Oh, ich hab einen Reakt, ich habe einen Granate. Und der Druck geht es lang, oder? Oh. Oh, scheiße, ich muss jährlich gerne nehmen. Geh, Geh. Ja, ich hab einen. 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 Hahahaha 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 Der war die ganze Zeit genug stammt Und halt nicht Hahahaha Hahahaha Das ist klar Oh mein Gott Oh mein Gott Hahahaha Die Klima was? Hahahaha 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 Machen wirs mal bitte sauber Wir sind weg, nichtığı�라 Hahahaha I find my strom Kraftling, Crossfire Hahahaha 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 Ahahahahahahahahaha Hahahaha 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 Banner Strom. Hallo Fennert, geht's dir gut? Covid-19? Na, hast du Covid-19er? 19er? Oh, da ist der Baum. Also, soweit ich es in Erinnerung habe, passiert mit dem Baum nichts. So lange, wie du ihn nicht ab und so ziehst. Oh! 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 Amo, bitte! Okay. Dann müssen wir also nur kurz ziehen, damit die Dinger aufgehen. Und ja. Ja, man muss die ganze Zeit ziehen, oder? Ja. Warum nicht? Doch, oder? Ja, klar. Du kannst losloser, er darf nur nicht so weit nur links, weil du... ... 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 Er fühlt sich halt auch durch das Fingerpattert im Moment. Ja, aber es ist immer nix loslos. Geht wieder nach links. Jo. Ahja? Aber du hast ne Art doch im Tutorial alle gemacht. Also wieso sollte ich bitte nix loslassen können. Ich hab's dann im Tutorial gar net gemacht. So net, also ich schon. Hallo? Kannst du ihn abschießen? Höh? Oh! Ja, wann ich einfach die Quest noch die Messerstellerei brauche auf deinem Platz sein? Dann empfehle ich euch die Gasgranate. Das hab ich nur mit einem A gemacht, das geht so gut. Oh, hä? Ich hab ne Falle genuss, weil ich aus der See die Bacht überwechselt hat. Oh. 2-3 im Bäuer. Fortspar am Muni, ey, klasse. So. Und jetzt? Weiter, oder? Ich denke, wir müssen Fadar Skadi erst nur... ...ein Buches abholen. Der hat stand arisch immer alles geblieben. Also, ähm... Das letzte war Punkte halte, oder? Ja. Das letzte war ein Eliteziel besiegen. Ähm... 4? Ihr Approach so far is working, keep at it. sicherlich schon mal ein Schluck Wasser, du hast was in den Greel. Hahahaha D-2 D-2 D-3 So, super! Dank Luca macht man es nett So ist er schön Ich fahre gerne mal da zurück So war's Ist er durch? Oh nein Achso, nein, das ist er nicht Das war einer von drei, damit der Boss kommt Oh je Nee, ich hab ihn gedroht Jaja, ich hab dich saut Ich bin doch ein Flyster. Oh, 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 oh. Ich schaue ja noch, aber ich sehe noch nicht Aua! Jo, komm! Oh Gott, wo ist denn jetzt? Oh Gott, wo ist denn jetzt? Oh nein, Alter, wo ist denn jetzt? Was war denn das? Kannst du euch nur sagen? Einfach so verplatzt? Jetzt hat er eine Lenk-Rakete und zurück den Fuss. Oh ja, das hat mich angenommen. Nice. Oh. 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 Oh, Mann. Oh. Alter. So, Bruder. So, Bruder. For what it's worth, you may have a valid choice. You just need to get our MIA. Successful. Yeah. Yeah. That feels like a success. Yeah, but I just need to do a bit of gag and watch. That means, that's all for today. Then, William, quickly. You. So dumb. That the XP will lose, if you don't get rid of it. Yeah, but my trip is still a lower level than before. Everyone can do with some self-awareness. Peace out. You are all good. Cheers. 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 Cheers.